Ich denke, man sieht sich? Ja, man sieht sich. Cool, cool. Würdest du meine Telefonnummer haben oder lieber nicht? Ja, das wäre gut. Hast du einen Schnitt? Nein. Tja, also wenn du mal in der Nähe der Uni bist, ich habe meistens so einen 5-Schluss. Ach, du bist nicht. Ich komme aus einer Familie, wir haben total viel Musik gemacht, immer früher, weil wir auch eine große Familie sind und irgendwie so viel gesungen haben und ich mache das eigentlich auch total gern, das ist wichtig, aber irgendwie habe ich noch nicht die Leute gefunden, wo man jetzt sagen würde, okay, man macht jetzt Musik, ich würde es nicht irgendwo alleine singen unbedingt wollen oder so. Chor habe ich früher viel gesungen. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020